Gut, wir müssen jetzt aber nicht extra irgendwie traurig, ein auf traurig machen, oder so. Hey, so ihr Kekse, was geht ab? Wie ihr sehen könnt, ich bin im heutigen Video nicht alleine. Ich habe einen ganz besonderen Gast, den ihr wahrscheinlich noch nie gesehen habt, aber paar Mal habe ich schon über sie gesprochen. Stell dich gerne vor. Hi, ich bin Klaus. Ich bin Klaus. Ich habe ein kurzer Problem. Alle von euch wissen bestimmt, sie ist meine Zimmermitbewohnerin aus der Klinik und wir haben uns entschieden, heute ein Video zu machen, wo wir ein paar detailliertere Fragen zum Ablauf in der Klinik und in der Psychiatrie beantworten, weil das Thema doch schon viele interessiert und da gibt es viele Klischees drüber und viel, was halt auch einfach nicht stimmt. Und ja, wir haben euch, also ich habe euch auf Instagram gebeten, mir Fragen zu schicken und ja, wir werden die jetzt einfach mal ein bisschen beantworten darüber, wie so das Leben die Zeit dann war, als wir da waren. Und auch wenn es ein ernstes Thema ist, wollen wir natürlich hier nicht extra ein auf traurig machen, weil das irgendwie dumm ist, aber naja. Kurze Runde-Eckdaten. Wir waren zusammen in einer Klinik, wir waren im selben Zimmer, du warst aber danach noch, oder davor und danach noch zwei andere. Genau, ich war davor in einer, das war eher eine Langzeitklinik. Dann waren wir zusammen in einer Klinik, was eher eine akute Klinik war. In der war ich für wenige Tage später nochmal, also zwei Monate nachdem ich entlassen wurde, war ich nochmal für vier Tage da und dann war ich nochmal in einer, auch eher eine Langzeitklinik. Ich war zwei Monate in der Akutklinik und danach nicht mehr. Ich würde sagen, reden wir aus einem kleinen allgemeinen Ablauf. Wie läuft so ein Tag ab in der Klinik bei uns? Ich habe, glaube ich, in meinem Video, wo ich ein bisschen über meine Story erzählt habe, schon mal kurz drüber geredet, aber hier nochmal. Also, wir wurden geweckt um zehn vor sieben. Das weiß ich noch. Ja, genau. Und manche mussten halt morgens Tabletten nehmen, die haben dann ihre Tabletten morgens bekommen. Dann gab es Frühstück, da hattest du Zeit bis zehn nach sieben, also du musstest ziemlich schnell aufstehen. Und dann entweder du bist in die Klinik eigene Schule gegangen, dann gab es eine kleine Schule, oder du musstest einen Morgenspaziergang machen über das Klinikgelände im Dezember. Ich habe es gehasst. Im Dunklen. Ich habe es gehasst. Und danach, wenn du wieder nach Hause gekommen bist, durftest du dich nicht nochmal hinlegen zum Pennen. Da haben sie schön drauf geachtet, das war schon scheiße. Ja, genau, dann wurde irgendwie zusammengesessen und gesprochen, Therapien. Therapien gab es verschiedene. Das hat mich ein bisschen gestört teilweise, man durfte nicht in seinem Zimmer sitzen und mal irgendwie alleine ein Buch lesen oder so. Ich habe ja viel Gitarre gespielt in der Klinik und so, und da war es immer so, nein, setz euch jetzt alle zusammen, auch weil man eigentlich schon eine Beschäftigung hatte. Wir hatten zwei Wohnzimmer und das, gerade wenn man irgendwie ein Buch lesen will, ist das komisch, aber ich verstehe schon, wie die Hintergründe ist. Ja, der Hintergrund, dass man sich nicht so isoliert, ja. Ja, und im Wohnzimmer war es so, es gab halt so eine Couch, es gab einen Fernseher, den durften wir abends auch benutzen, abends mal irgendwie DVDs gucken. Ansonsten lief die ganze Zeit Radio und ja, die anderen in der Klinik, habe ich ja in einem anderen Video auch schon mal erwähnt, es war insgesamt echt so therapeutisch mit anderen Leuten, denen es ähnlich ging, umzugehen. Es waren, wir hatten vielleicht einen Fall, der wirklich ein bisschen weird war, aber ansonsten waren das alles ganz normale Leute, die einfach irgendwie ein Problem haben. Aber ansonsten waren wirklich ganz normale Leute. Später im Video erzählen wir euch noch mal ein bisschen genauer, was für verschiedene Krankheiten die Menschen hatten. Aber insgesamt ist es was, was ich betonen will, es sind ganz normale Menschen, die einfach Probleme haben, denen es nicht gut geht auf irgendeine Weise. Aber wirklich dieses Klischee von in der Klinik, in der Psychiatrie sind verrückte Leute und die müssen alle fixiert werden und so. Das stimmt nicht. Irgendwo gibt es das bestimmt, aber insgesamt, im Regelfall ist es nicht so. Also ich denke, ihr werdet sowas unwahrscheinlich, dass ihr das sehen werdet. Man muss aber auch sagen, wir waren nicht in einer geschlossenen Klinik. Auf einer geschlossenen sieht sowas bestimmt auch nochmal ein bisschen anders aus, aber insgesamt waren wir einfach ein paar Jugendliche, die irgendwie ein bisschen traurig waren. Um das jetzt mal ein bisschen runterzubrechen, aber ja. Ja, wir hatten, die Klinik war aufgeteilt in A und B Teil. Wir waren beide im A Teil und es wurde ja mal angedroht, dass sie nicht mehr miteinander reden dürfen, weil sich so ein bisschen Beziehungen geformt haben. Und dann irgendwann, als du weg warst, wurde das aufgeteilt. Ja, wirklich? In B waren alle Mädchen und in A waren alle Jungs und ich. Oh, das wusste ich gar nicht. Ja, und dann war ich alleine mit den Jungs. Also die Zimmer waren Mädchen, Jungs aufgeteilt und man durfte auch nicht das Zimmer betreten, so weit ich weiß. Also nur die Mädchen in Mädchen? Genau, in Mädchenzimmer. Aber das haben die auch nicht gerne gesehen, dass man zu lange in den Zimmern von den anderen war. Ja, so kurz irgendwie was abgeben oder fragen, hey, kommst du mit ins Wohnzimmer? Die Zimmer waren relativ simpel, also es gab so zwei Betten. Jeder hatte ein Bett, jeder hatte so einen kleinen Nebenschreibtisch und so einen kleinen Schrank. Sieht ein bisschen aus wie in so einem Jugendhostel. Ja, so Jugendherberge. Wir hatten ein Saschbecken im Zimmer, die andere Seite hatte sogar ein eigenes Bad im Zimmer. Stimmt, die hatten eigene Badezimmer. Die Fenster, das waren so Schiebefenster, die konnte man nicht so ein Stück aufmachen. Und so, dass es keinen Kopf durchgibt. Nee, auf keinen Fall. Also da wurde schon sehr, man wurde schon sehr beobachtet, teilweise. Also ich habe es auch schon mal erzählt, wenn du akut suizidgefährdet bist, musst du alle halbe Stunde ins Büro kommen und auf einer Liste unterschreiben mit der Uhrzeit. Ausgang war so eine Sache, also wir waren auf einem Klinikgelände mit verschiedenen Kliniken. Wir waren an der Jugendstation, es gab eine Kinderstation, noch eine Erwachsenenstation und eine drogenabhängige Station. Und es war halt so ein Gelände mitten im Schwarzwald so und da konntest du halt, also es gab immer mal Leute, die versucht haben abzuhauen. Auf jeden Fall, man konnte, je nachdem wie lang man da war und wie sicher die Betreuer einen eingeschätzt haben, durfte man eine halbe Stunde aufs Gelände raus oder eine Viertelstunde am Tag. Teilweise mit Begleitung, teilweise alleine. Und man konnte dann, es gab doch das Caffino, das war so ein kleines Café, wo auch Besucher hinkonnten. Und da gab es halt so, es gab einen Eisautomat. Ja. Und ein Kaffeeautomat und so ein Colaautomat, da konnten sie sich immer was holen. Und weil das Klinikgelände so sehr abgeschottet war, gab es so einen kleinen Kiosk, wo man sich Schokolade oder Schokolade kippt hat. Da habe ich einmal, glaube ich, nur. Echt? Ich war nur einmal drin. Ich hatte aber auch echt wenig Ausgang. Also ich habe, ich glaube, eine Woche bevor ich entlassen wurde, habe ich eine Stunde Ausgang am Tag gekriegt. Und dann davor war es immer nur so einmal Viertelstunde oder so eine halbe Stunde oder so. Also ich hatte nicht viel Ausgang. Ich durfte am Wochenende immer nach Hause. Das war ja bei den Magersüchtigen immer mal so, dass die nicht nach Hause durften, wenn die zu wenig gegessen haben. Ja, genau. Das ist aber auch nicht gesund, glaube ich. Das ist so, du brauchst ja Kontakt zu deiner Familie, dass es dir besser geht. Ja, und zu den Freunden auch. Das ist nicht gut gewesen. Was vielleicht ganz interessant ist, in der Klinik, wo wir waren, da gab es auch einen Gefängnistrakt. Ach so, ja. Wow. Ja, aber nicht in der Jugendstation. Nicht in der Jugendstation, aber es gab einen Gefängnisteil. Und die haben immer gebacken und von denen kamen morgens die Brötchen. Stimmt, doch, doch, doch. Aber ich dachte, es ist einfach nur die geschlossene, aber nicht Gefängnisteil. Äh, nee, das waren Häftlinge. Also psychisch kranke Häftlinge. Ach krass, okay. Nee, das wusste ich gar nicht. Doch, wenn du im Cafolino, da warst du stärker eingezäunt und das. Und die durften dann auch gar nicht raus. Aber die haben unsere Brötchen gebacken. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den Fragen, die ihr uns gestellt habt. Wir haben die Fragen tatsächlich auch noch nicht angeschaut, aber fangen wir gleich mal an. Wie funktioniert die Wiedereingliederung in die Gesellschaft, falls es das überhaupt gibt? Fällt das vielen schwierig? Und wie sehr wird man von der Gesellschaft abgestempelt, wenn man einmal in der Psychiatrie war? Also normalerweise erzähle ich ja nur meine Seite. Jetzt haben wir endlich mal ein bisschen, das können wir zwei Seiten erzählen. Kannst doch einfach anfangen, wenn du willst. Also ich muss sagen, für mich hat das nicht so gewirkt, als würde es eine Wiedereingliederung geben. Also man wird aus der Klinik entlassen. Und dann, je nachdem, also wir waren beide in der Schule und bei mir war es. Ich war in der Woche, nachdem ich entlassen wurde, war ich schon wieder in der Schule. Das heißt, es gibt nicht wirklich eine Wiedereingliederung. Also dir wird da keine Hilfestellung gegeben oder irgendwie so? Ja, außer vielleicht ambulante Therapie, aber... Also Wiedereingliederung, ich muss sagen, mir ist es am Anfang ein bisschen schwergefallen mit Schule. Also ich wurde auch entlassen und einen Tag später war ich wieder in der Schule. Und ich glaube, die Wiedereingliederung ist so, das ist so ein persönlicher Prozess, den jeder sieht, wie er sich selber wieder eingliedert irgendwie. Aber so in der Klinik wird einem da jetzt, also bei uns zumindest nicht irgendwie was an die Hand gegeben, wie du dich jetzt wieder in deinen Alltag unbedingt einfindest oder so. Aber ja. Ob es ein Stigma gibt gegenüber, hey, die war mal in der Psychiatrie, auf jeden Fall. Ich muss sagen, bei mir war es nie so hart. Also ich wurde hier und da schon mal ein bisschen dafür aufgezogen. Aber es gibt genug Leute, die richtig Probleme haben dafür. Und auch im späteren Leben immer wieder, wenn man irgendwas erklären muss, yo, ich war in der Klinik und viele Leute denken dann gleich irgendwie... Denken, man wäre ein komplett komischer Mensch. Aber eigentlich, also ich für mich weiß, Klinik war gut für mich. Und deswegen ist es mir auch voll egal, was Menschen darüber sagen, weil ich eben weiß, dass es mir auf meinem Weg geholfen hat. Meine Frage für dein Video, wie sieht es mit dem Aufzwängen von Therapien aus? Meine gemachten Erfahrungen in der Klinik waren, dass man keine Wahl oder hatte, was man machen wollte und was man nicht machen wollte. Auch meine Angstthemen wurden ignoriert. Ist das allgemein so oder eure Erfahrung nach eher Therapeutensache? Wir durften uns nicht wirklich ganz aussuchen, was wir machen wollen in der Klinik. In der Klinik, wo wir zusammen waren. Und ich hatte eine Klinik, da durfte ich mir ein bisschen wählen. Also da durfte ich sagen, ja, ich möchte Kunsttherapie machen oder halt nicht. Oder ich möchte irgendwie Musiktherapie machen oder nicht. In der Klinik, wo wir waren, da war es fest, da gab es die und die Sachen und die musste man dann auch machen. Beziehungsweise doch, ich weiß nicht, ob ich das sowieso hätte, ob ich das sonst hätte machen müssen, aber ich habe gesagt, ich weigere mich gegen Reittherapie, weil ich Pferde hasse. Okay, bei mir wird es gar nicht angesprochen. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob man das sonst gemacht hätte. Gab es persönliche Gegenstände, die ihr abgeben musstet? Ja, alles, womit man sich hätte erhängen können oder wehtun können. Erhängen können, Deo gehört dazu, Haarspray. Schnürsenkel. Kletteisen, Gürtel. Kopfhörer. Oh ja, natürlich scharfe Gegenstände. Wobei am Wochenende, bei uns in der Klinik war es so, wenn man sich gut benimmt, durfte man am Wochenende nach Hause. Und da gab es so viele Leute, die haben halt Klingen oder so mit reingeschmuggelt. Es melde sich der, der schuldig ist. Handy auch. Handy, genau. Handy durften wir 15 Minuten am Tag benutzen. Handyzeit, genau. Aber es hat mir auch nicht so sehr gefehlt, muss ich sagen. Also da war ich auch in einer anderen Klinik, da hatten wir das Handy 3 Stunden am Tag. Und das war schon auch angenehm. Wobei mir diese Viertelstunde, Viertelstunde ist schon zu wenig. Das ist zu wenig. Allein, man nutzt das Handy ja nicht die ganze Zeit nur um dumme Scheiße zu machen, sondern man schreibt halt mit seinen Eltern oder mit irgendwelchen Leuten. Das war schon wichtiger. Und dann bis das Handy angeschaltet ist. Ja, bis das, wir müssen ja auch mal ausmachen. Das war schon scheiße, ja. Ach, ich weiß noch, da war gerade WhatsApp so halbwegs neu. Ja. Und das war so, oh, wir sind alt. Waren die Kliniken zu eurer Zeit auch schon überbelegt oder ist das gerade ein akutes Problem? Bei uns ging es. Bei uns sind, wir waren aber auch in einer Akutklinik, wo halt alle paar Tage die Leute wieder entlassen wurden. Und das war nicht so schlimm bei uns. Einmal hatte ich, da musste jemand bei uns für eine Nacht, also kam auch ganz akut rein und der musste dann über Nacht auf dem Flur schlafen und am nächsten Tag wurden die Zimmer umgeteilt und dann hatte die Person auch wieder ein Zimmer. Ich glaube insgesamt ist es eher so mit der ambulanten Therapie so eine Sache, also so einen ambulanten Therapeuten, wo man halt, also man ist zu Hause und man geht ab und zu zur Therapie. So etwas zu finden ist halt mega hart schwer und da ist gerade das System, also da ist alles überbelegt. Aber aus eigener Erfahrung Klinik kann ich nicht unbedingt sagen, aber dazu sollte man vielleicht noch dazu sagen, wir waren zusammen in einer Klinik, aber du warst nochmal in einer anderen, zwei anderen tatsächlich, ja. Also ich war nur einmal und daher kennen wir uns, aber kannst du nur ein bisschen mehr zu sagen als ich. Stimmt es, dass man Medikamente nehmen muss, also man zum Beispiel nicht ablehnen darf, Psychopharmaka einzunehmen? Also bei mir wurde die Wahl gestellt und ich habe mich dafür entschieden, das zu nehmen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich es alleine nicht schaffe, aber ich habe mich zu keinem Punkt irgendwie unterdrückt gesetzt gefühlt. Also es war immer meine Entscheidung und da wurde auch meine Meinung berücksichtigt, muss ich sagen, so war es bei mir. Ich glaube, das ist auch, wir waren ja beide minderjährig in der Zeit, ich glaube, es kommt auch ein bisschen darauf an, was die Eltern dazu sagen und so. Also ich habe in der Klinik keine Medikamente bekommen, ich war tatsächlich die Einzige von allen aus der Klinik, die keine Medikamente bekommen hat und bei mir war es eher so, ich wollte eigentlich eher welche haben, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, einfach alles, was mir gerade weiterhelfen kann, würde ich nehmen. Aber es war auch irgendwie so, alle anderen hatten irgendwie zumindest so eine halbe Diagnose, was sie haben und bei mir war das so, es stand so in der Luft rum und ich habe irgendwie so nicht zu wissen, was man hat und dann irgendwie so das Gefühl haben, man wird nicht, also nicht ernst genommen, aber irgendwie, ich fand das ein bisschen blöd, aber also zu Medikamenten kann ich sonst nichts sagen, ich habe nur Jod-Tabletten bekommen. Hat es an sich geholfen, beziehungsweise ging es dir mit der Zeit besser? Auf jeden Fall, also vielleicht in dem Moment, in den Monaten, also in der Klinik, wo wir zusammen waren, die hat mir gar nicht geholfen, aber danach war ich in Kliniken, wo ich gemerkt habe, dass es mir anfängt, richtig gut zu gehen und was sich danach dann auch ein bisschen gehalten hat. Nur bei mir war eher das Umfeld zu Hause schwierig und dann nach der Klinik, wo es bergauf ging, dann wieder in dieses doch irgendwo negative Umfeld zu gehen, das war mehr das Problem bei mir. Ich würde sagen, insgesamt Klinik hat mir schon geholfen, weil ich war mega, ich war halt akut suizidgefährdet, also das hat mich schon davon abgehalten, irgendwie irgendwas zu machen, aber insgesamt muss ich sagen, also die Klinik, in der wir waren, es gab so Betreuer, die cool waren, aber insgesamt war das kein gutes Umfeld so, muss ich sagen, also ich habe auch mal angefangen, Artikel darüber zu schreiben, so unpädagogisches Verhalten in der Klinik, so was da teilweise abging. Also das Klischee, das würde ich schon fast sagen, stimmt teilweise bei uns, dass halt irgendwie schon ein paar Sachen waren, die halt echt nicht cool waren. Meine Frage, könntest du dir vorstellen, selber in einer Psychiatrie zu arbeiten und wenn ja, als was? Ich glaube, ich könnte es mir vorstellen, als Betreuer zu arbeiten und halt primär aus dem Hintergrund, weil ich sage, dass mir die Betreuer nicht so viel helfen konnten und ich mich oft nicht verstanden gefühlt habe und ich fände das schön, anderen jungen Menschen dieses Gefühl zu geben, was ich nie bekommen habe. Ich glaube, ich würde eher was Ambulantes arbeiten wollen, weil Klinik ist doch sehr schwer. Ich glaube, ich könnte es mir an sich schon vorstellen, ich finde auch, ich habe auch schon überlegt, ob ich vielleicht Psychologie im Master machen will oder so. Ich weiß halt einfach, ich könnte es nicht, weil ich mich emotional davon einfach nicht so distanzieren kann. Weil das ist so ein Ding, das muss man halt, wenn man in psychischer Medizin arbeitet, man muss sich einfach distanzieren können von den Patienten und ich könnte das einfach nicht. Ich bin da emotional viel zu sehr aufgeladen, auch wegen eigenen Erfahrungen und so. Deswegen, ich fände es interessant, aber ich weiß, ich könnte es einfach nicht. Und das wäre weder gut wie Patient noch für mich, ich würde da selber verrückt werden, glaube ich. Sind dort im Normalfall Zwangseingelieferte, Slash Freiwillige oder beides? In der Regel beides. Also ich glaube, du warst ja Zwangseingelieferte. Ich war Zwangseingelieferte, definitiv. Und bei mir war es, ich war freiwillig dort. Beziehungsweise, wobei, bei mir ist es gar nicht so, es wurde schon für mich entschieden und ich wurde eingeliefert, wobei ich in dem Moment, glaube ich, auch gesagt hätte, ich würde mitgehen. Aber ich wurde nicht gefragt, ich wurde nachts um eins eingeliefert, irgendwann dann so bei mir war es, ja. Wie lange ist man normalerweise in einer Klinik oder ist das stark unterschiedlich? Mega unterschiedlich. Das ist schon stark. Also es gibt die Klinik, in der wir uns kennengelernt haben, das war eher so eine Kurzzeitklinik. Da waren eigentlich die meisten unter drei Monaten drin, also ein paar Tage bis drei Monate. Es waren so viele, die wirklich zwei Tage da waren. Ja, oder? Genau. Also so ein paar Tage, ganz, ganz viele tatsächlich. Ich war aber auch in anderen Kliniken, da waren die meisten Patienten mindestens ein Jahr, eher eineinhalb Jahre. Also das ist schon unterschiedlich von Klinik zu Klinik und aber auch die eigenen persönlichen Fortschritte oder Rückschritte. Was für Krankheitsbilder sind die häufigsten? Immer wenn jemand Neues da war, haben wir gefragt, ja warum bist du hier? Und wenn sie dann gesagt haben, ja Suizidversuche oder irgendwie Depressionen, haben wir irgendwann gesagt, ja der Klassiker. Bei uns waren so viele, die... Essstörungen waren schon auch häufig, aber ich denke Depressionen, Suizidversuche war doch definitiv das häufigste. Bei uns zumindest, genau. Und wir haben, ich habe zumindest, also ich habe gewusst, dass ein paar, die von mir länger da waren, gesagt haben, bevor ich eingeliefert wurde, gab es eine längere Phase, wo viele mit Drogenproblemen da waren. Also viele so Drogenabhängige. Wir hatten aber, bei uns war es ja gemischt, also die meisten waren Suizidgefährdet oder hatten irgendwie Depressionen und was in die Richtung. Danach glaube ich, weil Essstörungen hatten wir auch ein paar und danach hatten wir so Einzel, Einzelne irgendwie mit Angststörungen. Ja, Panikattacken. Waschzwang hatte doch der eine, der so Händewaschzweig. Psychosen. Psychosen, ja, aber so. Die Sache ist, es klingt alles so schlimm, aber insgesamt waren wir einfach ein Haufen Kinder, die ein bisschen traurig sind. Ja, und irgendwie... Ist es wirklich das? Ich finde, es war aber auch immer eine gute Zeit, weil man hatte irgendwie Freunde oder allgemein Menschen in seinem Alter kennengelernt. Es war wie eine große WG irgendwie. Ja, ja, und man hat sich irgendwie immer verstanden, weil die anderen hatten auch Probleme. Man war so zusammen irgendwie im gleichen Boot und das war echt schön. Die Klinik hatte gute und hatte schlechte Seiten, aber gerade dieses so mit Leuten in dem Alter so klar zu kommen, die halt zusammen zu sein, die halt auch irgendwie so ähnliche Probleme haben. Welche Art von Therapie mochtest du am meisten und hat dir am besten geholfen? Ich glaube, bei mir war es in der letzten Klinik, in der ich war, da hatte ich eine Therapeutin, die mir sehr viel geholfen hat und anschließend eine ambulante Therapeutin, mit der ich auch super klar gekommen bin. Also bei der bin ich heute noch. Ich glaube, die zwei zusammen und dann halt viel auch irgendwie Einsicht, dass ich selbst irgendwie viel machen muss, selbst dafür kämpfen muss, dass es mir besser geht. Ich glaube, das hat mir tatsächlich am meisten... Das ist ein bisschen Kakao, andere Seite. Ich fand die Therapeutin in der Klinik, wo wir beide waren, ganz schrecklich. Die hat mir überhaupt nicht geholfen. Die hat uns angeguckt, wie so Abschaum der Gesellschaft. Bei der hatte ich nur einmal einen Termin. Diese Scheiße. Ja, man hatte echt nicht oft Therapie, bei der du hattest eine Stunde Therapie die Woche bei der Haupttherapeutin, was halt, wenn du dauerhaft da bist, nichts ist. Also bei uns gab es noch Sporttherapie, Kunsttherapie, Musiktherapie und so. Ich muss sagen, ich glaube, Spaß gemacht hat mir Kunsttherapie und Musiktherapie total. Ob es mir wirklich geholfen hat, finde ich schwierig zu sagen. Also das, was mir wirklich am meisten weitergeholfen hat, war auch meine ambulante Therapie danach, die Langzeitsache. Wobei ich Musiktherapie total gemocht habe. Da konnte ich was, unseren Musiktherapeut, mit dem durfte ich ja was aufnehmen und so. Aber insgesamt, glaube ich, Kunst und Musiktherapie war doch echt das Beste so. Hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man irgendwie ein bisschen suizidal ist, irgendwas dann wiederzufinden, wo man doch irgendwie Freude dran hat und so. Doch, ich glaube, wir werden schon behaupten, das hat mir irgendwo geholfen, aber Sporttherapie fand ich schrecklich, das hat mir überhaupt nicht geholfen. Wir hatten es drei oder viermal die Woche. Das war so viel, das war so oft. An sich, ich meine, klar, Sport, Endorphine und so, das macht schon viel, aber wenn man da drin ist, dann ist es... Man wird trotzdem als Letzter beim fucking Völkerball gewählt und das ist auch deprimiert, wenn du sogar in der Klinik, du der Schlechteste bist in allen Sachen und so. Das ist auch irgendwie Kacke. Seid ihr zu euren Eltern gegangen und habt gesagt, dass ihr Hilfe braucht bzw. in eine Klinik müsst oder sind eure Eltern auf euch zugekommen? Wie dann noch? Bei mir war es so, da hat meine Mutter mich gefragt, ob ich Lust oder Interesse hätte, so eine ambulante Therapie anzufangen. Also deine Mutter wusste schon, dass bei dir was nicht ganz richtig ist, oder? Ja, weil meine Schwester war auch in Therapie, eben wegen frühkindlicher Belastung und sowas. Und dann war ich in ambulanter Therapie und dann irgendwann habe ich gesagt, das langt mir nicht mehr. Ich gehe kaputt, wenn ich jetzt nicht irgendwie eine Auszeit habe und habe selbst mich dafür eingesetzt, dass ich in der Klinik komme. Und meine Mutter hat mich da eigentlich sehr gut unterstützt. Ja, bei mir war es wieder doch. Also meine Eltern haben nicht gesagt, ich soll in eine Klinik und ich habe selber nicht gesagt, ich soll in eine Klinik. Ich war halt Akutfall. Also ich bin ins Krankenhaus gekommen und die haben dann entschieden, du wirst in die Psychiatrie verlegt. Und da konnte weder ich noch meinen Eltern was sagen. Meine Eltern durften mich tatsächlich eine Woche danach auch nicht sehen. Also ich habe die nicht gesehen und da durften die nicht mitreden. Das war alles von den Behörden aus. Und keine Ahnung. Glaubst du, es gibt positive Seiten an einer psychischen Erkrankung? Ich würde sagen, ich habe eine andere Position zum Leben jetzt, als ich es davor hatte. Ich denke, es ist einfach der Weg, den man geht und entweder man kann diesen Weg etwas Gutes abfinden oder aber nicht. Und ich denke mir, ich bin heute vermutlich an dem besten Punkt, wo ich jemals war. Also ich bin eigentlich froh über diesen Weg, den ich gegangen bin. Natürlich gab es Probleme, natürlich hätte es alles viel besser laufen können. Aber ich finde, wenn ich das jetzt irgendwie alles schlecht reden würde, dann würde es mir auch nicht so gut gehen damit. Ich würde sagen, alles hat gute und schlechte Seiten. Aber insgesamt ist es eine Krankheit und es bleibt eine Krankheit. Und natürlich hätte ich sie lieber nicht. Ich überlege auch immer, wie es abgelaufen wäre. Hätte ich irgendwie doch was gesagt und wäre ich nicht in der Klinik gelandet und sonst so. Ich bin auch froh, dass alles jetzt so gegangen ist und so war, wie es war. Aber insgesamt und vorne raus, natürlich hätte ich lieber keine Krankheit gehabt oder natürlich hätte ich lieber keine Suizid-Gedanken gehabt. Natürlich so. Aber alles hat seine positiven Seiten und gerade die Erfahrung ist so. Ich denke schon, allein, dass wir uns kennengelernt haben und sowas. Richtig, ja. Das ist meine positive Seite. Allein die Erfahrung, weil ich wäre ein ganz anderer Mensch, wenn ich nicht versucht hätte, den Weg zu bringen und alles. Das wäre so ganz, ganz anderes Leben. Und ich weiß nicht, ob ich die Person mögen würde, die ich auf diesem anderen Weg gewonnen würde. Deswegen bin ich eigentlich froh, so wie es gelaufen ist. Also ich meine, klar, es hätte besser laufen können. Aber ich würde es nicht Weg nennen, weil Weg klingt so, als wäre man freiwillig diesen Weg gegangen. Das ist nicht so. Also das möchten wir nochmal betonen, ja. Das ist nichts, was man sich irgendwie aussucht oder so. Auch wenn viele das so darstellen. Wichtig ist, dass wenn man merkt, ich habe Probleme und sei es, ich habe nur Probleme in der Schule oder Probleme zu Hause. Ich fände es wichtig, euch mitzugeben. Schaut irgendwie, selbst nach einer ambulanten Therapie oder sowas. Da gibt es echt ganz, ganz lockere Sachen, irgendwie solche Beratungszentren. Geht dorthin, das bringt was. Und selbst, wenn ihr da nur zweimal hingeht oder so und merkt, das ist nichts für euch. Aber ihr habt es zumindest mal probiert. Ich sage es immer wieder, viele Leute sind so abgeschreckt davor, in der Therapie zu gehen, weil sie denken, ich rede einmal mit einem Therapeuten, das bedeutet, ich bin psychisch im Arsch. Das ist so, man muss immer wieder zum Körperarzt gehen, wenn irgendwas nicht ganz stimmt. Und manchmal stimmt auch irgendwie, manchmal mit der Seele irgendwas nicht ganz. Ich hasse das Wort Seele. Und ich denke, es gibt keinen Menschen, dem eine Therapie irgendwie schaden würde. Nee, überhaupt nicht. Deswegen versucht man irgendwie dieses Ganze, ich verstehe, es gibt so einen gesellschaftlichen Druck und man hat Angst davor, mal dahin zu gehen oder es jemandem zu sagen. Aber wenn es euch nicht gut geht, selbst, es muss ja nicht irgendwas krass Dramatisches sein. Selbst wenn es was Kleines ist, zu so einer Beratungsstelle, das ist mega unverbindlich. Da kann man einfach mal hingehen, macht es auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und wenn ihr das nicht macht, redet mit Leuten in eurem Leben, weil... Ja, mit Freunden, mit Eltern, irgendjemand. Die Probleme, die andere Menschen haben, sind viel relevanter als meine und das ist nicht so. Ja, jeder hat sein Päckchen zu tragen und das ist falsch zu sagen, dein Päckchen ist schwerer als mein Päckchen. Ja, weil man findet immer jemanden, dem es schlechter geht. Immer, immer. Das stimmt. Ja, aber das ist auch so eine lange Reise gewesen, sich selber zu akzeptieren und einzusehen, dass man selber Probleme hat. Irgendwie, gerade auch in der Klinik, was es auch für andere Fälle gab. Ich dachte mir so, und ich denke, ich habe Probleme und so, aber das ist so, das ist total die falsche Denkweise. Ich glaube, das habe ich auch schon mal angesprochen bei irgendwas, dass man seine eigenen Probleme ernst nehmen sollte, weil es sind halt seine eigenen Probleme. Ja, es ist das Päckchen, das ihr tragen müsst und wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt es nicht tragen, dann sucht euch Hilfe. Ja, auf jeden Fall. Egal, wie lächerlich es euch vielleicht vorkommen möchte oder so, aber nehmt bitte eure Probleme selbst ernst und schaut nach euch. Dann würde ich mal sagen, ich hoffe, wir konnten euch so einen kleinen Einblick geben und ein bisschen dieses Klischee von, oh mein Gott, alle Leute sind verrückt in der Klinik lösen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da und falls ihr noch weitere Fragen habt oder so, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich schaue, dass ich immer mal noch ein bisschen was schreiben kann. Und ja, dann sage ich danke an Klaus, dass du mal länger in dem Video dabei warst. Und an jeden, der gerade irgendwie struggelt oder irgendwie Probleme hat, ich verlinke auf jeden Fall ein paar Hilfeanlaufstellen in der Beschreibung. Redet mit Leuten, das ist das Wichtigste aller Zeiten. Redet mit Leuten. Es bringt was. Es bringt auf jeden Fall. Ja, und ja, wir wünschen allen ganz, ganz viel Glück, die gerade irgendwie auf ihrem eigenen Weg sind, was das angeht. Und you are not alone. Ja, dann würde ich sagen, habt noch eine geile Woche und wir sehen uns hoffentlich bald, schaut nächste Woche. Bye bye. Tschüss.